Na alle zusammen, hier ist wieder heute La und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar heute ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden. Dann Dracheninsel und hier haben wir das Achievement Super Duper Blüte. Und dafür müssen wir folgendes machen. Schließt eine Super Blüte mit epischer Qualität ab. Und ja, was müssen wir dafür machen? Naja, wir müssen einmal in das neue Gebiet. Also hier nennen wir den Smart Grün Traum, den finden wir mit Patch 10.2 hier unten. Und dann haben wir jede volle Stunde, also um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und so weiter. Hier ein Event, das schimpft sich Super Blüte. Und da müsst ihr einen Baumwänd dann rechts rum begleiten oder links rum, das switcht immer. Und während ihr den begleitet, ist es so, dass ein Balken aufgefüllt werden kann. Umso mehr Leute ihr seid, umso schneller können wir den Balken auffüllen. Da sind öfter mal Mobs, die wir umhauen müssen. Das sind kleine Blüten, die kann man einsammeln. Man kann Mobs anklicken, um Punkte zu erwirtschaften. Also alles mögliche. Und ja, je nachdem wie weit ihr den Balken auffüllt, kriegt ihr verschiedene Säcke. Wenn ihr in ein Drittel auffüllt, kriegt ihr halt einen blauen. Wenn ihr das zwei Drittel etwa auffüllt, ne, einen grünen kriegt ihr am Anfang, dann einen blauen. Und wenn ihr es komplett auffüllt, wie ich gerade, kriegt ihr einen epischen Sack. Und sobald ihr quasi den epischen Sack eingetötet habt und dann das Event abschließt, und das macht ihr dementsprechend damit, dass ihr am Ende den Boss tötet, der bei uns jetzt hier gleich kommt, dann kriegt ihr das Achievement. Mehr ist es nicht. Die einzige Schwierigkeit an der Geschichte ist, dass ihr halt möglichst viele Leute am Start habt, die mit draufhauen, um dementsprechend den Balken möglichst schnell zu füllen. Kleine Randinformation, wenn der Boss links rumläuft, ist es wesentlich schwieriger, weil der Weg links rum kürzer ist, als der rechts rum. Da läuft er anscheinend in einen viel größeren Weg. Und dementsprechend ist es einfacher, wenn er quasi hier rechts rum rennt, wie es bei uns gerade der Fall war. Wenn ihr auf einem Server seid, wo relativ wenig Leute sind, macht es Sinn, im Tool nach Superblüte zu suchen, oder Superblumen, um dementsprechend in eine Gruppe rein zu joinen, dann habt ihr eine bisschen bessere Chance. Beziehungsweise lasst euch von wem einladen, wo halt viele Leute sind. Ich bin jetzt hier gerade auf Blackmore unterwegs und ihr seht, hier sind sehr, sehr viele Leute. Da geht das relativ gut. Am Ende, wenn der Timer abgelaufen ist, dann kommt dementsprechend noch ein Boss. Wenn ihr den umhaut und dann die 8000 Punkte erwirtschaftet habt, dann gibt es dementsprechend das Achievement. Und ihr kriegt natürlich auch die Säcke. Ihr seht, hier haben wir den blauen Sack. Beziehungsweise da haben wir dann noch den epischen Sack. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr eine Gruppe findet, beziehungsweise auf eurem Server genug Leute sind, dass ihr das auch spielen könnt. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Euer Tillar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.